Und um drei Minuten Redezeit. Hallo, mein Name ist Grumpy Old Man. Ich fände das super, wenn ihr das da oben eintragen könntet. Mein echter Name ist Marc Oliak. 2010 habe ich den zum ersten Mal in Bingen sozusagen bei den Piraten öffentlich gemacht. Damals stand ich vor dem Bundesplenum und sagte, wählt niemanden aus NRW. Heute sage ich, wählt bitte auf jeden Fall irgendjemanden aus NRW. Warum ich hier hauptsächlich noch stehe, ist, jemand fragt mich schon 2010, möchte ich irgendwann Verantwortung übernehmen. Und ich sagte, ja, ich schaue mal und eigentlich hatte ich mir schon gedacht, Landtagswahl. Nur hoppla hopp, jetzt ist sie da. Also stehe ich hier und ich sage euch, ich bitte euch, mir euer Vertrauen in dem Fall und eure Stimme zu geben. Denn ich möchte dahin, wo es weh tut, wo es richtig weh tut, in der Innenpolitik in Nordrhein-Westfalen, die Sachen mit Polizeikennzeichnung, Teilanonymisierung, Datenschutz, Menschenrechte innerhalb des Landes, Menschen, die im Gefängnis sterben, all diese ganzen Geschichten, Innenpolitik, das ist rein das Menschliche. Dazu kommt das Technische. Viele sagen immer Open Government, Open Data, ich sage mittlerweile nur noch Open Sternchen. Alles, was an Daten aus diesem Land, was hier an Steuergeldern bezahlt wird, muss für jeden zugänglich sein. Das Gleiche gilt für alle Sektoren, öffentliche Verwaltung, Schulen, Bildung, all dies. Und ansonsten, ich habe sehr wenig Zeit im regulären Berufsleben. Ich bin eine digitale und analoge Allzweckwaffe. Dieses lasse ich genau so stehen. Ich kann mir die Zeit nämlich in Themen einarbeiten, mithelfen, zuarbeiten und auch immer jederzeit frei und offen vertreten. Ich danke euch. Vielen Dank.